Hallo und willkommen zurück zu Minecraft. Wir haben einen neuen Eingang. Ich finde, er sieht noch überhaupt nicht so toll aus. Gar nicht. Die Tür, die ist hier, die passt nicht. Also, die Tür mit den Gitterstäben, das passt nicht. Ja, ich habe ja gesagt, ich muss mir hier noch einen Mod suchen. Weil ich glaube, das geht nur mit einem Mod, dass ich hier raus quasi so ein Tor machen kann. Was ich mit einem Knopf oder hier Druckplatten, egal wie, dass das hoch runterfährt. Ja, das werde ich noch machen. Also, das hier ist nur provisorisch als neuer Eingang für unser Schloss. Castle, das muss sich auf jeden Fall noch ändern. Hier habe ich schon mal einen Knopf hingemacht, der später fürs Tor sein soll. Und so, weiter. So, wir gehen jetzt erstmal mit der fetzigen Musik hier ins Bett. Oh, ist hier eine Spinne drin? Nein, okay. Du kannst nicht schlafen, wenn Monster in der Nähe sind. Das gibt es auch nicht. Okay, Tür zu. Ist ja schon wieder die Spinne, ne neue Spinne da oben, oder was? Okay, aufpassen. Hallo, was machst du denn da oben? Ha, das gibt es doch nicht. Ich habe doch Leitern hier hoch, ne? Na, warte, ich komme hoch. Oder hatte ich die... Ach, du bist so dämlich. Hatte ich die Arbeitsagentur geschickt, um hier weiterzumachen? Naja, viel geschafft hast du ja nicht, ne? Mach dir nix, Fall. Du mal runter. Ich komm. Oh ja, jetzt brennst du auch noch. Wie schade. So, ab geht's. Okay, jetzt brauchen wir auch nicht mehr schlafen. Jetzt haben wir ja... So, sind wir die ganze Nacht wach geblieben. Mann, oh Mann, das darf doch nicht wahr sein. So, wo ist jetzt die Spinne? Die scheint dann anscheinend irgendwo außerhalb zu sein. Egal. Ich muss jetzt mal schauen, dass ich hier wieder ein bisschen Platz kriege. Ich mach mal hier Eichenlaub weg. Das von den Kreaturen weg. Jetzt hab ich mir hier zwei Falltüren gemacht. Die... Da finden wir ja auch noch Verwendung für. Und ich habe festgestellt... Das wusste ich noch gar nicht. Es gibt Pflastersteinmauern. Mal schauen, wie die aussehen. Das werden wir direkt mal testen. Ich muss sowieso... Ich geh mal hier... Unseren versteckten Eingang raus. Alles okay. Keine Spinne in der Nähe. Hallo Skelett, komm. Oh, Spinne. Na komm, siehst du mich nicht? Haha. So, ich muss mich einmal um das Feld kümmern. Denn das ist auf jeden Fall schon mehr als fertig. Dann können wir nämlich auch... Okay. Knochenmehl. Waaah! Verdammt! Das gibt's doch nicht. Ah! Mann, da höre ich noch das Zischen gerade hinter mir. Und da war es zu spät. So ein dämlicher Creeper. Ach. Manno, hier alles... Ah, kann... Gibt's doch nicht. Okay, flicken wir mal schnell das Loch. Das war falsch. Setzen wir den hier rein, so. Oh Mann, ich muss mich mal ein bisschen besser umgucken. Der ist bestimmt hier aus der Höhle rausgekommen. Der Schlawiner. So, Zäune hab ich zum Glück auch noch. Aber zu wenig, ne? So, wo ist jetzt hier die Mitte? Hier, da kommt die Tür rein. Okay, schnell noch mal Zäune machen. Und eine Tür. So, so, so. Äh, Quatsch. Ich brauch ja, ähm... Sticks dafür. Mach ich noch mal ein paar Sticks. So, zwei Zäune. Nochmal zwei Zäune. Und... So, ein Blödsinn. So, so, so. Nein, das waren Treppen. La, 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 la. Ähm, was mach ich hier eigentlich? Spiel ich Puzzle oder was? Wie gingen denn jetzt noch mal die... Ach, dämlichen Zäune. Hallo? Ich hab natürlich die Minecraft-Wiki nicht auf. Ach, das gibt's doch nicht. Ich hab doch schon tausend Zäune, äh, äh. Ich hab doch schon Tore gemacht. So. Nein, so, so. Oder wird das auch... Warte mal. So. Äh, 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 äh... Äh? Ist das jetzt was anderes? Ich nimm mal zwei mit, okay? Gut geraten. Sehr gut. Hat ja auch nur eine halbe Stunde gedauert. Okay, äh, 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 hier muss noch ein Zaun hin. So. Aha. Geht doch. So, die... Das ist noch nicht fertig. Ansonsten ist das super fertig. Alles klar. Einmal hier durchheizen. Die Spinne bewacht dir mein Feld. Ist ganz friedlich. Tut nichts. Hab ich keinen Platz mehr. Mal das Gehirn hier wegtun. So. Super, das war sehr erfolgreich. Dann hier auch noch mal. Ja, und einmal hier durch. Oh, kein Platz mehr für den Samen. So, dann werden wir mal das Feld besamen. Und hoffen auf eine gute Ernte im nächsten Spätsommer. So, so. Zack, 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 zack. Oh. Der ist aber heilig. Der Weizen da. Zack, 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 zack. Das muss hier flott gehen. Wir haben keine Zeit. Wir haben noch so viel zu tun. Oh, das war's schon. Nein. Ich wollte gerade sagen, wir müssen doch mehr rauskriegen, als wir abgeerntet haben. So. Kann ich auch hier das Gehirn mal wieder einsammeln. Dann machen wir uns hier direkt eine zweite Bahn. Hier ist das Tor. Wie ist das hier? Dann machen wir das hier. Ja. So. Ups. Vergessen. Schneller klicken. Ich muss schneller klicken. Sonst geht das nicht. So. 15 Stück noch. Weg da aus dem Weg. Ich will dich nicht hauen. Oh nein. Ich will doch nur pflanzen. Was ist das? So war das nicht abgemacht. Ja, okay. Das war's. Egal. Dann können wir auch hier den Graben schon mal hin machen. Und dann Wasser einfüllen. Den Eimer habe ich natürlich drinnen. Den hole ich dann nochmal eben. So. Die Spinne. Die kann doch da raus. Oder? Wenn sie will. Ach ja. Hier haben wir ja auch noch. Ein kleines bisschen. Dann können wir da gleich. Aber da machen wir nichts mehr hin. Oder? Da könnte ich ja eigentlich. Oh Mist. Moment. Wieder das Gehirn rausschmeißen. Da pflanze ich dann hier mal auch Zuckerrohr hin. Ach verdammt. Das geht gar nicht. Okay, das geht nicht bei begradigter Erde. Also beackerte Erde. Also machen wir hier wieder normale. Du kommst weg. So. Und einmal Zuckerrohr bitte. Ich entwickle mich hier noch zum Profi-Gärtner. Gibt's ja gar nicht. So. Damit das ja auch gut aussieht, machen wir das hier auch weg. Und einmal neu. So. Da kann da wieder Wiese wachsen. Das sieht schöner aus. Ja. So. Was wollte ich machen? Äh. Ach ja. Eimer holen. Wo habe ich den denn? Hier. Genau. Oh. Jetzt wieder erstmal Sachen loswerden. So. Knochenmehl brauchen wir nicht. Ja. Hier tue ich auch mal Essen rein. So. Das vielleicht behalten wir. Äh. Holz. Holz. Alles Holz. Okay. Wenigstens ein bisschen Platz. Äh. Wo ist der Eimer? Ach. Den habe ich auch gar nicht genommen. Hatten noch keinen Platz. So sieht's aus. Didi 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 didi. Zack. So. Fangen wir da hinten an. Ich hoffe, du trampelst hier nichts kaputt. Für dich. So. Noch mal ein Eimer. Machen wir dann hier noch eins hin. Und hier noch eins hin. Ja. Sehr gut. Es wird langsam. Langsam wird's ja hier richtig gut. Eins. Zwei. Drei. Oh. Die wird ja böse in der Nacht. Ah. Ah. Junge, 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 Junge. So, jetzt aber schnell ins Bett, bevor hier wieder ein Creeper auftaucht. So, Tür zu. Hier ist alles gut. Ich hätte hier mal ja ein bisschen... Obwohl, hier brauche ich keine Fackeln. Nein. So, ab in die Haier. Moment, die Blumen hier, die stören. Die haben hier nichts zu suchen. Die kann hier hin. Die kann hier hin. Hier kann auch eine Blume hin. Hier eine Schneeblume. Und eine hier hin. So. Oh, ein Skelett. Ich glaube, wir gehen mal auf Jagd ein bisschen. Na komm, du triffst mich nicht. Oh, du triffst mich doch. Mann, die sind echt fies, die Dinger. Okay, der nächste. Yeah, kommt schon. Alle auf mich. Ein paar Erfahrungspunkte sind ja auch ganz gut. Und noch einen neuen Bogen. Könnte ich auch mal rausholen. Wir können ja mal noch ein bisschen, bevor die Folge zu Ende ist, mal auf Jagd gehen hier. Gehen wir mal da hinten ein bisschen hier den Berg hoch. Erforschen ein bisschen. Hier waren wir ja auch noch nicht wirklich. Wir waren ja überhaupt noch wirklich nirgendwo. Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir uns mal hier ein bisschen rumtreiben. Und mal gucken, was es hier so alles Schönes in der Nähe gibt. Hier gibt es bestimmt viele tolle Sachen, die wir noch nicht entdeckt haben. Aber leider gibt es hier keine Monster. Ja, es gibt hier Monster. Es gibt hier Spinnen. Oh, ich spinne. Oh, ich spinne. Oh, ich spinne. Wundervoll. Jetzt kommen sie natürlich alle auf einmal. Sehr gut. Musik ist zu Ende. Dieser Part ist auch zu Ende. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part.